Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in die Tatsun mit HEAT. Heute farmen wir Reputation, weil mein Level immer noch zu niedrig ist. Und erster, easy. Wo ist das? Als würde mich das leiden, da rein zu fahren. Ich mache es schon wieder. Dann überholt mich gleich deswegen. Sparky, Sparky, Alter. Der Typ, der ist auch überall dabei. Scheiße, ich hatte ihn fast. Okay, dranbleiben. Wenn er uns abhängt, haben wir verkackt. Guck, ob wir im Windschatten so ein bisschen fahren können. Und da sind wir. Oh mein Gott, ich dachte ich fahre in den Wagen rein. Bis zum nächsten Rennen gleich. Was nicht dieses sein wird. Sondern dieses da. Wir fahren im Kreis. Spektakulär, nicht? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Rennen startet bereits. Mit meinem guten alten Begleiter, Freund und Helfer meinem Kaffee. Nikita, das Name sagt mir was. Jetzt sind wir schon mal gegen den Sieg gemacht. Oh, ja, er hat den ich gemacht. Und es gegen Steinwände gefallen. Ja, jetzt kommt euch an ein paar Eins. Oh, da hat jemand die Bäume am Nacken. Tja, ich aber nicht. Noch nicht. Ich bin noch erster. Auch wenn das die schlechteste Kurve war, die ich genommen habe jemals. Oh mein Gott, ich spüre Kurven. Ich bin der schlechteste Rennfahrer. Ohohoho, doch nicht gleich so brutal, komm mal runter. Das sind noch andere. Danke. 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 Ziel! Okay, mal sehen, wie entkommen wir hier jetzt am besten. Ich weiß nicht, dass man da runterfallen kann, das sah für mich sehr stabil aus ehrlich gesagt. Und Heat Stufe 2, die werden meinen Wagen demolieren. Okay, ich brauche eine gerade Strecke, um hier mal gut wegzukommen. Oh mein Gott. Ja, ich merke schon, mein Wagen ist fast weg. Die Person hat mich abgehängt. Ich bin so weit zurück. Ich entkomme, ich entkomme, ich entkomme. Und diese Zielperson muss ganz schnell an eine Tankstelle. Da unten. Ich kann auch einfach die nächste nehmen. Oh mein Gott, das ist absolut nicht gut für mein Herz hier. Habt ihr den Wagen überhaupt ernsthaft verfolgt? Verschärfungszentrale! 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 So! Oh mein Gott! Mein armes Herz! In so jungen Jahren! So, ich glaube nach der Action können wir auch das Video für's erste beenden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.